Herr Köster. Sie sind die jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag. Richtig. Da habe ich Ihnen zum ersten Tag direkt eine Schultüte mitgebracht. Eine Schultüte. In Ampelfarben. Ich habe als freischaffende Regieassistentin an vielen verschiedenen Projekten teilgenommen und zum Beispiel am Altonaer Theater und im Lichthoftheater freie Regieassistenzen gemacht. Sehr geehrte KollegInnen und die AfD-Fraktion, ich war verdammt noch mal nicht einmal im Club. Und all das, was ich so vermisse, das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Ich will impfen, da ist keine Individualentscheidung mehr sein. Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit. Leute, ich habe noch mehr für euch von dieser jungen Dame, Frau Fester. Aber wartet, will sie überhaupt als junge Dame betitelt werden oder divers? Man weiß es ja nicht bei ihr. Auf jeden Fall schon ein Genuss, es zuzusehen, für was unsere Steuergelder draufgehen. Ich meine, wir bezahlen sie. Sie hat jahrelang als Regieassistentin gearbeitet und ihre Theaterskills hat sie uns dann gleich freundlicherweise zur Schau gestellt in ihrer Bundestagsrede. Ich meine, herzzerreißend, wie sie geweint hat und wie sie die AfD-Fraktion ausgeschlossen hat. Alle mit sehr geehrten Damen und Herren angeredet, aber die AfD-Fraktion. Unmensch. Und mir hat ja jemand in den Kommentaren zum letzten Video, als es auch um die Frau Fester ging, gesagt, hey, eigentlich sollte man ja nur Respektpersonen siezen und hey, du hast recht. Also, Emilia, du hast selber gesagt, du warst ewig nicht im Club. Geh da mal hin, such dir einen knackigen Typ aus und du weißt schon, nimm ihn mit nach Hause und dann tut dir gut. Und ich glaube dann, da oben, weißt du, sollte man mal machen, gerade bei Frauen wie dir, wirkt das. Ich spreche aus Erfahrung. Also, haut rein Leute und viel Spaß mit diesen neuen Bundestagsabgeordneten, unsere Zukunft, die Grünen. Wir können uns freuen. Das beste Deutschland aller Zeiten. Haut rein Leute.